. Liebe Fans, heute spielen wir Hockey Tic-Tac-Toe. Hier geht es darum, genau ins Feld zu tupfen. Wenn du das Feld tupfst, musst du einen Spieler sagen, der schon in beiden Teams gespielt hat. Der, der zuerst eine Reihe voll hat, hat gewonnen. Schere, Stein, Papier. Wer ist der Mann? Wer ist der Mann? Wer ist der Mann? Vorteil Weber. Schau mal. Bernd-Langnau? Bernd-Langnau, habe ich auch so gesehen. Ähm, Beat Gerber. Wer ist der Mann? Wer ist der Mann? Wer ist der Mann? Klote Bern. Oh, da haben wir ihn. Bei unserem Team. Aha, klar. Jetzt sind wir beide mal. Nice. Dann Flangnau. Robert Mayer. Der war schon mal, oder? Der war schon mal, oder? Kommt, oder? Guckiesberg. Nein, Scheiße. Nochmal Flotte Bern. Ich konnte dich nicht hinein, weil du niemand hattest. Aber du willst lang noch Davos, ist es noch schwierig? Ja. Aber ich kenne glaube ich es einmal. Nein. Ausser du kennst niemanden. Oh, schön! Das ist nicht schlecht. Wo ist das Lange? Guckisberg. Ja. Wuhu! Hey. Warte, warte, warte. Hast du schon ein riesiges Know-how? Nicht schlecht, ja. Warte, warte, warte. Ja. Ich bin nächtet. Ein G satan.